ARD Text im Auftrag von Funk 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 Vergesst nie, wer ihr seid. Ich kann meine Mauer selber putzen. Die Außenmauer ist nicht ihre Mauer. Ich weiß das, weil ich den cleveren Plan hatte, sie so hochbauen zu lassen, dass niemand mehr ihr Restaurant sehen kann. Sie ist kein Fisch. Sieht aus wie ein Fisch, riecht wie Fisch. Hehehehe.